Hey Leute und willkommen zu dem kleinen Info-Video. Ja, an dieser Stelle ist es nicht mehr so weit. Ich werde euch über meinen neuen YouTube-Sendal Gaming Crew informieren. Dieser Sendal werde morgen am Sonntag, den 27.02. zum ersten Mal so richtig live gehen. Dann machen wir einen Parallel-Stream auf unseren neuen Twitch-Sendal von der Gaming Crew und unseren YouTube-Sendal von der Gaming Crew. Und stream ab 20 Uhr live bis tief in die Nacht rein. Also ich denke mal, es ist 100 Uhr zu Mitternacht, 1-2 Uhr, werden wir. So ein bisschen Auftakt-Stream einfach. Heute, das ist am Samstag und 6.02. Kommt da aber ein genaueres Info-Video auf Gaming Crew Online, wo es euch dann genauer darüber informiert, was wir so geplant haben und was auf dem neuen YouTube-Sendal dann so abgehen wird. Das ist nur so weit mehr als Information. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung auch alle relevanten Links, die ihr braucht, um auf den neuen YouTube-Sendal zu kommen. Und auf die anderen Kanäle, denn wir haben nicht nur einen neuen YouTube- und neuen Twitch-Sendal, sondern auch einen neuen Instagram-Kanal, einen neuen Twitter-Kanal, einen neuen TikTok-Kanal. Und wir sind auch gerade noch beim Aufbauen von einem neuen Discord-Server, der noch nicht direkt zum Launch vom neuen YouTube- und Twitch-Sendal am Start sein wird, aber im Laufe des nächsten Monatsvoraussetzes. Auch online gehen wir, sobald wir ein bisschen da Community zusammengebaut haben. In diesem Sinne, danke nochmal fürs Husshauen und ich melke euch an dir erst dann auch für den krassen Support von meinem Absichtsvideo, sage ich mal, letzten Video. Einfach mal Danke sagen für den krassen Support. Ich habe wie in Kommentators gelesen und habe mir ein paar Kommentare sogar hier an meine Wand oben aufgehängt. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die hängen hier oben, habe ich ausgedruckt und hingehängt, eben weil ich das wirklich so toll fand, was ihr das im Teil geschrieben habt. Und dafür vielen, vielen Dank, ich weiß das wirklich zu setzen. Ja, das sollte ein kleines Infovideo sein, den ihr uns passt, dann ist auch wieder vorbei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen Abend am Sonntag live auf dem neuen YouTube-Sendal oder sonst halt dann auf dem neuen Channel zu neuen Videos. Weiter Infos folgen, macht's gut, bis dahin und ciao!